Ach, was habe ich sie doch schon vermisst. Unsere schönen Talkshows. Und bei Sandra Maischberger geht es natürlich direkt im neuen Jahr los mit den Bauernprotesten. Aber nicht etwa mit den legitimen Einwänden, den die Landwirte hier haben, gegenüber der katastrophalen Politik der Ampelregierung. Nein, sondern es wird natürlich munter, fleißig die ganze Zeit gewarnt vor der Unterwanderung durch Rechts und so. Glücklicherweise haben sie aber immerhin den Aiwanger eingeladen, der hier in fulminanter Art und Weise auch den Herrn Nouripour von den Grünen auflaufen lässt. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und springen wir gleich mal in die brisanteste Szene wie immer mit rein. Es geht hier einfach um diese Doppelstandards, die immer wieder nicht nur seitens der Grünen, sondern auch seitens der Medien hier gespielt werden. Nur weil jetzt mal bei einigen Bauerprotesten irgendwie an einem Traktor ein Galgen mit einer Ampel irgendwie dran hing, macht man jetzt ein tierisches Fass auf, während man bei all den zig Dutzenden Demonstrationen, wo sogar Steine geflogen sind, Molotows geflogen sind und so weiter, keine Talkshow oder so damit gemacht hat, wo man ständig gefordert hat, dass die Politiker der SPD und der Grünen sich von den Linksextremen und so weiter distanzieren. Oder wo man gewarnt hat, dass eben diese ganzen Klimawandel-Demos und so weiter, Fridays for Future, die letzte Generation, Extinction Rebellion und so, von Linksextremen unterwandert werden und so weiter. Hören wir mal einfach ganz kurz rein, was hier Herr Aiwanger so sagt. Aber hier generell zu versuchen, dauernd bei den Bauern hier Extremisten ausfindig zu machen oder zu warnen, dass das gekapert wird. Also da sind wir meilenweit entfernt. Da gab es viele Demos, wo die Grünen vorne mitmarschiert sind, wo sehr viele mehr vermaßungsfreunde waren. Da habt ihr nicht so laut geschrieben. Also, Herr Nuri, wo die Umsturzfantasien, war das übertrieben von Herrn Habeck? Nein, er hat völlig recht, aber es geht ja gar nicht darum, dass er jetzt sagt, die Bauern sind Extremisten. Sondern? Worum geht es ihnen dann? Wir haben es gestern gesehen. Es gab Demonstrationszüge von Gruppen wie zum Beispiel Dritter Weg oder Freie Sachsen, die werden vom Verfassungsschutz sehr, sehr streng beobachtet, die sich da drauf gesetzt haben. Es geht nicht um Bauern. Es geht darum, dass es Leute gibt, die das, doch einmal, ich wiederhole mich, die legitimen Proteste der Bauern versuchen zu hijacken, sich sie dran zu hängen und daraus dann etwas ganz anderes zu machen, was gegen das gesamte demokratische System unseres Landes geht. Ich finde gut, dass Sie beide hier miteinander so pfleglich umgehen. Sie haben auch ganz andere Wortwahl auch in den letzten Tagen gehabt, Herr Aiwanger. Sie reden ja auch schon mal gerne von den Taugeniechsen in der Regierung oder von den Scharlatanen. Wäre es denn gut, in dieser Situation einfach mal ein bisschen gelassener daherzugehen und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen? Also das Öl ins Feuer hat die Ampel gegossen mit Agrardiesel und Co. Sonst würden die Bauern alle brav zu Hause sein und Waldarbeit machen, weil die genügend Arbeit haben mit dem Schneebruch- und Windwurfholz. Jetzt müssen die in der Früh, wenn der Boden gefroren ist, auf die Demo fahren, anstatt hier den Wald zu pflegen. Aber die sagen eben, wenn wir uns jetzt nicht zu Wort melden, dann hättet ihr uns nicht nur den Agrardiesel sofort gestrichen. Jetzt habt ihr es auf drei Jahre gestreckt. Bis dorthin ist wahrscheinlich die Ampel abgewählt, bis die letzte drei Stelle gesammelt wird. Ihr hättet uns die Kfz-Steuer aufs Auge gedrückt, ohne zu wissen, dass sich dann jeden Maishäcksler und jeden Anhänger hier mit Nummernschild und Steuer und Melden und Zeug, also das sind einfach politische, handwerklich massive Fehler, solchen Unsinn zu produzieren. Hätten die Bauern sich nicht zu Wort gemeldet, wer weiß, was euch noch alles eingefallen wäre. Insofern war es mehr als berechtigt, dass die sich zu Wort gemeldet haben. Herr Nurik, man kann ja schon fragen, warum die... So ist es nämlich, weil ganz konkret, und das ist ja auch eine Sache, die wir immer wieder jetzt auch sehen, da wird dann beispielsweise auch immer in diesen ganzen Talkshows, auch hier bei Maischberger davor und danach, von den jeweiligen Journalisten, Politik-Experten, Extremismus-Forschern und wen sie da noch alles einladen, immer gesagt, ja, Also die Ampel hat sich damit und damit kein Gefallen getan, weil sie hätte das so und so anders kommunizieren müssen. Also Scholz hätte vorher sagen müssen, also passt mal auf, liebe Leute, aufgrund des Haushaltsurteils müssen wir jetzt in allen Bereichen 4% sparen und das betrifft den Bausektor, das betrifft die Landwirtschaft, das betrifft den Automobilsektor, das betrifft alle anderen, anderen Branchen und so weiter. Und dann wäre es alles toll abgelaufen. Das heißt, die ganze Kritik, die ganze inhaltliche Auseinandersetzung mit der Ampelpolitik findet in den Medien fast immer nur dadurch statt, dass man sagt, die Kommunikation war falsch, aber die Maßnahmen als solche werden nie hinterfragt. Und Aiwanger hat das Ganze jetzt mal wunderbar aufgeklärt, indem er nämlich gesagt hat, jawohl, durch diese massiven Steuern und so wären eben die bürokratischen Maßnahmen eben dadurch auch noch eskaliert. Und da gibt es auch noch eine zweite Stelle hier im Video, wo er nochmal darauf eingeht. Und das ist auch noch sehr sehenswert. Schauen wir mal hier dazu noch rein. Und dann sieht man auch Herr Nouripour, der natürlich, wie er ja auch selber am Anfang der Sendung gesagt hat, nie irgendwo auf einem Bauernhof gearbeitet hat, auch die Lebensrealität logischerweise gar nicht einschätzen kann, der Bauern. Und das kommt natürlich dann dabei heraus, unter anderem solche Maßnahmen, weil man es einfach nicht durchdenkt. Weil genau deshalb mussten sie ja jetzt auch diese Agrarsubvention, die sie ja jetzt wieder gewähren, wobei das ja nur einfach bedeutet, dass sie weniger Steuern zahlen müssen. Ja, so viel zum Thema Subvention, dass das jetzt schrittweise gemacht wird und so weiter. Also man merkt halt einfach handwerklich, die Ampel macht immer irgendwas, dann wird sie mit der Realität konfrontiert beziehungsweise umzingelt und dann versucht sie wieder herumzudrucksen und zurückzurudern. Die Medien sagen, das war ja nur ein Kommunikationsfehler, aber dass es inhaltlich alles kompletter Schwachsinn ist, das wollen sie einfach partout nicht einsehen. Und deswegen müssen sie immer irgendwelche Nebenkriegsschauplätze dann errichten und irgendwie darüber berichten, dass die Bauern-Demos ja unterwandert seien. Kommt drauf an, an welcher Stelle. Also hier würde ich durchaus gerne Entwicklungshilfe leisten aus landwirtschaftspolitischer Sicht, denn solche Dinge wären uns nicht passiert, wenn wir Freien Wähler dabei gewesen wären. Ich kann nicht eine Kfz-Steuer einführen wollen auf Anhänger von Traktoren und auf Maishächsler. Und sich dann zu wundern, dass die Bauern auf die Barrikaden gehen, also da kann ich nur den Kopf schütteln und da kann sich jeder von euch dreien dann die Hand geben wenn der Lindner sagt, die Bauern haben sich verrannt und müssten umkehren. Da sagt auch jeder Bauer, FDP nie mehr wählbar. Früher war die FDP ja eine Partei für die größeren Bauern wegen der Steuer. Also ihr seid euch einig gewesen, alle drei, die paar Bauern, die wählen uns eh nicht, denen nehmen wir das Geld, aber bei Bürgergeld und so weiter werden wir uns nicht einig, weil da vielleicht die Grünen wieder dabei sind. Und das wäre mein Gegenfinanzierungsvorschlag, aber es sind politisch verschiedene Modelle. Die Bauern sagen natürlich zu Recht, wir sollen Zusatzbelastungen hinnehmen und Leute, die arbeiten könnten und nicht arbeiten wollen, kriegen das erhöhte Bürgergeld. Da sagt jeder Bauer, geh doch bitte ans Bürgergeld. Schau, dass du die Ukrainer in Arbeit kriegst, die arbeiten wollen, die kriegen alle ins Bürgergeld. Das sind fünf bis sechs Milliarden und ihr rennt hier den Bauern hinterher wegen ein paar hundert Millionen. Ihr müsst die großen Baustellen angehen, wo jeder sagt, diese Dinge müssen korrigiert werden, aber dort wird man sich eben ideologisch nicht einig. Da sagt man, ein Bauer ist das kleinere Opfer. Fordern Sie denn auch noch? Ja, exakt so ist es. Da will man natürlich nicht hören, deswegen kommen dann auch diese tiefen Seufzer. Aber genau so ist es. Ich meine, man muss gar nicht nur über das Bürgergeld reden. Reden wir einfach mal über die ganzen Entwicklungsprojekte, nehmen wir die alle noch mit dazu, dann zu diesem sozialen Bereich hier im Bürgergeld. Da ist doch die Frage, wie sozial ist das eigentlich? Nur wenn man dann dieses Wort dafür verwendet, heißt es nicht, dass es tatsächlich auch soziale Ergebnisse produziert. Und das geht langsam in die 100 Milliarden, was da jährlich berappt wird, wenn man das alles mal zusammennimmt. Und da sagen die sich, ja, nö, an den Bereich gehen wir nicht ran. Da erhöhen wir sogar noch um 12 Prozent jetzt in dem aktuellen Jahr. Jetzt kommt die SPD mit der neuen Klausurtagung und die Grünen zusammen und sagen, wir wollen den Mindestlohn um 14 Euro und so weiter erhöhen. Ja, das wird natürlich wen wiederum belasten? Klar, die Arbeitgeber. Dann wiederum rutschen die natürlich, die das verdienen, wieder in eine höhere Steuerklasse, müssen mehr Steuern zahlen und am Ende profitiert wieder nur der Staat. Also das ist einfach nur noch so ein abgekatertes Spiel mittlerweile. Zum Glück hat Aiwanger das Ganze erkannt. Man muss aber auch sagen, die Freien Wähler an sich, die sind halt einfach so eine kleine Splittergruppe. Nur die sind abgesehen von Bayern halt nicht wirklich noch eine starke, ernstzunehmende Kraft. Ja, aber wenigstens gibt es halt mal einen dort, der in den öffentlich-rechtlichen Medien in so einer Talkshow auch dagegen hält.